Oh, das ist ein Luschi, oh oh. Du bist unsterblich jetzt. Okay. Was du sagst? Das ist schön wert. Ich muss es die anderen auch so sehen. 4, 3, 2, 1, Runde 1. Nehmen sie den Zielpunkt ein. BANN! Da geht eine Widow hoch. Ich glaube, ich weiß noch nicht, dass ich da bin. Ja. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Wo ist das? Oh! Wir haben Mercy verloren. Ist die Widow wieder oben? Ne, die Widow ist gut. Sehr schön. Wir haben noch ein Domek her. Ja. Außer! 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 Ein Zielpunkt, ja! Ja, das ist so. Die Leipenden müssen wir. Aah! Das ist halt scheiße, wenn man als rein hart geheckt ist. Großes Ziel, das nichts kann. Ja, ich bin nur so schön, dafür kann ich nicht bleiben. Ja, muss ich Zweig zertreien? Was ist das das? Aus. Das ist diese gröse. Was ist das? Wahrer Vertritt ist nur durch Konflikt gefüllt. Ich hab so das Gefühl, er wollte mich gar nicht treffen. Der Genji ist leider nicht schlecht. Naja... Ich kann so... Ja... Der Bogen gilt nicht. Ich muss nichts sehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Gleich zurück. Hanzo ist tot. Sehr schön. Uff. Dank unserem Super-Affel. Ja, der hätte jetzt keinen Spaß gemacht. Nee. Aber wir haben eine Runde gewonnen. Schuss.